Aber die Fremde sind ja besser. Jetzt sind wir gespannt. Bis 5 Uhr morgens gehört. Ja, aber jetzt hast du deinen Mark-Medlock-Song. Du hast gestern gesagt, du singst ihn besser als Mark. Boah, Thomas, willst du dich einmal umdrehen? Ich hab, glaube ich, was gerade gesehen. Du bist der Sex-Bastik? Ja, bitte. Danke.